Paterdale Terrier – stur, furchtlos, toll Der Paterdale Terrier, auch bekannt als Fell Terrier, ist ein mutiger Hund, der aus England stammt. Diese Rasse ist bekannt für ihre unerschrockene Artikel. Der Paterdale Terrier ist eine Hunderasse, die seit 1995 vom UKC anerkannt wird, aber weder von der FCI noch vom KC anerkannt wird. Ursprünglich aus Nordengland stammend, ist diese Rasse bekannt für ihr Temperament, das wissbegierig, freundlich, intelligent, unerschrocken und selbstbewusst ist. Mit einer Widerristhöhe von 25 bis 38 cm bei Erwachsenen und Farben wie schwarz, schokoladenbraun, blau und loh, schwarz und loh, rot ist der Paterdale Terrier ein kompakter und lebendiger Hund. Das Gewicht variiert proportional zur Widerristhöhe. Als wissenschaftlicher Name wird für diese Rasse Canis Lupus Familiaris verwendet und sie wird als Hund einer höheren Klassifizierung zugeordnet. Ist Paterdale Terrier ein Listenhund? Nein, Paterdale Terrier ist kein in Deutschland offiziell als Listenhund klassifizierter Hund. Ist ein Terrier ein Anfängerhund? Nein, Terrier eignen sich nicht für Anfänger, da sie viel Erfahrung und Geduld bei der Ausbildung und Erziehung benötigen. Sie sind intelligente, aber manchmal sture Hunde, die eine konsequente und liebevolle Führung brauchen. Terrier können gute Familienhunde sein, vorausgesetzt, sie werden richtig ausgebildet und sozialiert. Auch Paterdale Terrier eignen sich als Familienhund, jedoch sollte man stets Sorge tragen, dass sie ausgelastet sind, damit es nicht zu Wesensauffälligkeiten kommt. Wie alt wird ein Paterdale Terrier? Paterdale Terrier haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 12 bis 14 Jahren. Mit regelmäßiger Bewegung, gesunder Ernährung und regelmäßigen Tierarztbesuchen kann ihre Lebenserwartung jedoch erhöht werden. Wesen und Aussehen Paterdale Terrier haben ein starkes und unabhängiges Wesen, das oft mit Entschlossenheit und Unerschrockenheit verbunden wird. Sie sind sehr aktiv und brauchen regelmäßige Bewegung und körperliche sowie geistige Herausforderungen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Paterdale Terrier eine intelligente, energische und unerschrockene Hunderasse ist, die sehr wissbegierig und freundlich ist. Mit seiner Größe zwischen 25 und 38 cm und seinem glatten oder raue Fell in verschiedenen Farben, wie schwarz, rotbraun, Schokoladenfarben oder Leberfarben, ist er ein attraktives Haustier. Seine typischen Terrier-artigen Ohren, die nach vorne geklappt sind, setzen ihm das i-Tüpfelchen auf. Der Paterdale Terrier kann also ein großartiger Begleiter für Familien, aber auch erfahrene Hundebesitzer sein, die bereit sind, seine Energie und Unerschrockenheit zu zähmen und zu fördern.